So, und wir sind wieder zurück bei The Sims 4 in der zweiten Staffel. Hm, wo waren wir denn eigentlich, wo waren wir eigentlich? Genau, er muss hier ein paar Fänzchen machen. Was muss er sonst machen? Bücher schreiben natürlich. Sozial braucht er. Aber da kommt Issy gerade. Sie muss auf jeden Fall essen. Was macht sie? Essen, ok. Das heißt, sie geht gerade essen. In 5 Stunden muss sie zur Schule. Ok, dann gehen wir hier mal auf Play. Was macht sie eigentlich? Sie trinkt einen Kaffee. Hier, du könntest hier was machen. Sonnenschein. Ja. Aha. Oh, er setzt sich auch hier hin. Sie wird wieder alleine gelassen. Okay, das ist er. So. Sie braucht Spaß. Jetzt kommt sie auch dazu. Ach, sie räumt gerade auf. Stand wieder im Bücherregal. Wenn geschieht. So, sie kann ein bisschen Kanal schauen. Du, fertig gegessen. Was macht sie gerade eigentlich? Was macht sie gerade eigentlich? Wie sieht es denn bei den Pflanzen aus? Sieht alles gut aus, wie es aussieht. Aber du kannst das Waschbecken hier reparieren. Das ist nichts zum Reparieren. So, 3 Stunden. Sie ist mit dem Bild fast fertig. So, an Sammler verkaufen. Dann. Hm. Kannst du auch gleich mal weitermalen hier. Mach ein bisschen coole Rechnungen. Oh, es gibt eine Rechnung zum Zahlen. Die erste Rechnung. 500. Und danach kannst du die Rechnung zahlen. So, unser Sonnenschein. Mach noch einmal den Sparen nach oben. Drei Stunden. Er bräuchte auch Spaß. Dann kann er ja ein bisschen Fernsehen. Im Garten gibt es anscheinend wirklich doch Bewässern. Und alles ernten. Was haben wir hier? Hier geben wir auch Bewässern ein. Und alles ernten. Jäten. Kann ich mir irgendwas jäten hier? Nö. Zum Jäten haben wir nichts im Moment. Oh, oh. So, zwei Stunden. Dann muss ich zur Schule. Was haben wir eigentlich bei ihr ausgewählt? Drei Bücher zu Ende lesen. Dann ist noch kein einziges zu Ende gelesen. So ein Luder aber auch. Und was muss sie noch machen? Level 4. Der Logikfertigkeit erreichen. Das Luder. Ja, sie hat die Rechnung bezahlt. An Sammler verkaufen. Wie sieht's bei ihm aus? Sein Spaß ist ein bisschen mager. Der geht irgendwie nicht nach oben. Na, lass das mal. So, das hat sie verkauft. Dann kann sie gleich das nächste Mal malen. Also, sie muss sie die Bilder betrachten jetzt dann auch. Hm. Hm, okay. Das heißt, wenn sie sie hergestellt hat, müssen wir sie einfach bewundern auch noch. So, sie muss zack und lesen. Er hat Gartenarbeit nach oben gebracht. Den können wir auch noch nicht aufwerten. Den können wir auch nicht. Du sollst lesen, Sonnenschein. Hatten wir bei ihr vielleicht noch den Mut eingegeben? Könnte das sein? Aber es müsste 12 Minuten. So, du darfst dann auf jeden Fall hier ein bisschen spielen. Du darfst auch so ins Voiber spielen. So, sie müsste zur Schule. Ach, darfst du noch konzentriert werden vielleicht? Schnell. Irgendwie. Irgendwie. Müssen wir abbrechen. Ja, haupt zur Schule mit dir. So, Sonnenschein. Du hast das Bild fertig gemacht. Ansehen. Was hast denn du da in der Hand? Wolltest du gerade kochen? Aufräumen. Dann räumen wir auf. So, sein Spaß soll dazwischen auch oben sein. Jupp. Dann kannst du schreiben. Was machen wir denn diesmal? Kurzgeschichte. Jupp, das passt. So, ein Sammler verkaufen. Also, zu viel Probleme. Das war aber nicht alles zum Aufräumen. Wir hätten hier noch zum Beispiel. Aufräumen. Und, äh. Aufräumen. Was macht er jetzt? Ach. Der ist kaputt. Wenn er repariert. Huch. Denkler wie ein Weltmeister. Dann könntest du was kochen. Frühstück servieren. Ei und Toast. Rührei. Pfandkuchen. Ist alles so ungesund. Gib dir einen Gartensalat. Jetzt ist sie konzentriert. Aber die sind immer in der Schule nur konzentriert. Und das wird irgendwie nicht gezählt dann. So, was musst du machen? Dein Soziales ist ein bisschen mager wieder. Wie immer. Hier gibt es eh nichts zu tun. Ist ja nicht so wie in der ersten Staffel. Wo die Zeit so schnell verläuft. Wenn wir ständig auf treibfache Geschwindigkeit herum eiern. Was denn das? Mit jemandem über Träume sprechen. Okay. Wer bist du... Dein Buch hast du gemacht. Okay. Achso, ne. Ein Brot hast du gerade. So, dann. Hier. Teilblendern. Und wegräumen. Okay. Ich bin ein Brot. Ich bin ein Brot. Ich bin ein Brot. Sieben kochen, fertig. Ne fein. Und ein Gericht nehmen. Du könntest du auch mit essen gleich mal. Achso, das tut sich gerade. Hm, das macht sie danach. Danach kannst du schon wieder malen. Hm. Warte. Fritter. So, das können wir diesmal beschleunigen beim Essen. Was macht ihr nach dem Essen? Schreiben. Ach, komm schon. Jetzt steht hier der Sims wieder. So. Schreiben, schreiben. Schreiben. Letter schreiben. 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 hook. Wie lange ist hier noch in der Schule? Die hilft. Achso. Na ja, das ist es jetzt einfach und es ist ganz einfach auf das process Fall. und wann kann es dann vielleicht auf der nächsten Stufe was ist denn mein Schreiben eigentlich? 4 das heißt dann ist er 5 Garten hat er 3 nur mal leid wenn er etwas erkältet Geschicklichkeit hat er auf 2 Kochen hat er auch auf 2 und PC spielen auf 3 so wir haben hier normal irgendwelche haben wir ja schon aufgewertet passen wir uns das hier normal normal hier hübsch die hat er aufgewertet schon und ein Apfelbaum glaube ich oder beide sogar beide haben wir aufgewertet kann er nichts machen da hat er Schreiben oben kann er es jetzt ja jetzt am Verlag verkaufen dann kriegen wir mehr Kohle rein sie hat das Bild fertiggestellt ansehen werden die eigentlich gezählt ja werden gezählt gut sein sozial ist komplett verrunden das heißt wir werden dann mit ihr quatschen so und wenn du das betrachtet hast dann kannst du es ja an einen Sammler verkaufen was ist das alles drinnen genau die zwei Bücher das dritte werden wir dann auch gleich am Verlag geben es gibt wenigstens das die sind oder schöne Rom 200 achso weil sie es verkauft hat ok fast 300 also fast als dreifache ein Gewinn gemacht das zahlt sich dann schon aus wenn man natürlich auf der dreifachen Zeit spielt dann geht das Geld viel schneller nach oben da sieht sich jetzt etwas hingelegt das wäre aber nicht gerade das beste aufstehen mal mal raus genau ach sie ist auch zu hause so sie hat irgendwas gemacht hier Larry ist aus der Schule zurück hmmm Schokolade Schokolade kann zurück hmmm in den Kühlschrank also natürlich nicht fein wenn ihre Leistungen nur bei Friedlingen sind ja weil sie einfach nicht konzentriert in die Schule schafft das ist echt nur doof das ist echt nur doof so das heißt dann gehst du pinkeln hmmm sollen dann alle schlafen gehen gleich 17 Stunden muss zur Schule ja dann gehen dann auch alle schlafen so schlafen so schlafen so und die Folge ist dann auch gleich zu Ende die Folge so toll toll so dann brichst du das mal ab und du gehst schlafen und du bist auch schlafen also man muss ja noch die bücher hier aufgeben also den auch nicht fertig genau so dann gehen die mal schlafen wenn er dann aufgestanden ist dann darf er das verwenden und die dusche verwenden wieso steht er ist schon auf ach so er ist echt schon munter und sie darf was kochen abendessen servieren gartensalat und wenn sie aufgestanden ist darf sie das aufräumen und duschen irgendwas ist kaputt an der dusche oder was oder kühlschrank hm ich kriegs irgendwie nicht alle gleichzeitig zum äh essen was macht sie sie geht jetzt duschen ok dann geht das noch schnell ok das ist kaputt das heißt dann repariert er das schnell mal was ist mit ihr ok ja ähm das ist doch schon eingetragen ja dann ein gericht nehmen ein gericht nehmen wo ist sie gerade ach so in der dusche ist sie das heißt wir werden dann jetzt mal nicht irgendwas machen sondern sozial bei ihnen wieder hoch machen sie muss nämlich auch noch pieseln dann das meistbesuchte wc hier so die folge ist auch so mit zu ende und wir sehen uns in der nächsten folge bis dann was ihr ihr k Vielen Dank.